Musik Wir sehen einen ganz normalen Heiligabend, in einer ganz normalen Familie, in einem ganz normalen Wohnzimmer, von dem eine ganz normale Küche und ein ganz normales Schlafzimmer abgeht. Die Wohnung hat eine ganz normale Wohnungstür und wir wünschen Ihnen ganz normale Unterhaltung. Musik Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, steck dir deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, steck dir deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Mama, geht das so? Ja, na, guck noch mal voll was. Musik Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, steck dir deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Schatz, ist das gut so? Ja, na, 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 na. Ine sinnen aufsteck. Und als deine Ruten noch gar nicht artig. Na, wirst du dein Gedicht schon gelernt? Ja. Lieber guter Weihnachtsmann, schaue mich nicht so böse an. Schatz, geht das? Sitzt das gut? Übt nur brav weiter. Hallo Opa, setz dich doch. Hm. Sagst du. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mir nicht die Gute an. Decke deine Mute ein, ich will auch immer artig sein. Schatz, ist das so besser? Üb nur brav weiter. Wer kann das eigentlich auch noch sein? Und so sehen wir, dass das Normale normalerweise nicht immer das Beste ist. Und viele vergessen im Weihnachtsstress ihre Familie. In diesem Sinne, schöne Weihnachten.